Hoffnung überlebt immer in denen, die bereit sind, weiterzukämpfen. Ich werde nie vergessen. Ich werde eure Lehren erhalten und euer Opfer ehren. Gemäß dem Recht des Rates, Cal Casters, steh auf, Jedi-Ritter. Und vergiss nicht, vertraue nur der Macht. Und wohin jetzt? Ja, die heure aus, Jedi-Ratter. Eich ist schrecklich. Gehäusegut 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 Das war's für heute. 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 Hast du sowas schon mal gehört? Klingt fast wie Musik. Lass uns hier eine Pause machen. Was soll das Shuttle in etwa eintreffen? Was? Ich hab... Sie haben auf ein Shuttle gewartet. Es kommen also noch mehr. Das war's für heute. Das war's für heute. Was für Pilger kommen überhaupt so weit raus? Stell dir vor, diese Stürme zu durchqueren, nur um einen sicheren Ort zu finden. Tja, eine Zuflucht ist wohl unbezahlbar. Das war's für heute. Maren sagte, das wäre der Weg zu einem Hintereingang, oder? Tja, hoffentlich findet's für heute. Hoffentlich findet's hier einen anderen Weg für diese Flüchtlinge. Sie haben genug durchgemacht. Das sollte uns ein wenig Deckung verschaffen. also hat die Flüchtlinge. Alles sicher. Hörst du das? Das ist der Geist. Ganz ruhig. Das ist nur der Wind. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Diese Winde oder... Ich schwöre, wenn ich noch einmal Wüstengeist höre. Hörst du das, Kumpel? Okay. Sieh da fast! Das muss mir nicht aufgewähren! Ich schaff das! Maren war ziemlich beschäftigt. Warum hat uns das Imperium keinen Spitznamen gegeben? Die hat hier schon lange gelegen. Nein! Ja! Ja, definitiv Maren's Werk. Gute Unterstützung. Gute Unterstützung. Gute Unterstützung. Gute Unterstützung. Gute Unterstützung. Schreite voran, Reisender. Tritt ein. Eintreten? Oh, rein. Eintreten. 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 Geh und sieh mal nach der neuen Einheit. Der Funkkontakt... Hä? Ein Einringling! Wir müssen uns einen anderen Weg suchen. Ruhe, Reflexion, Führung. Schreite voran, Reisender. Ermutigend. Das Imperium hat ein neues Spielzeug mitgebracht, Kumpel. Ich bin getroffen. Nicht da, Lass! Zurück! Kein fairer Spiel, Kamerad. Was, BD? Zurück! Wir sollten vorsichtig sein. Wir wollen schließlich nicht vom Kurs abkommen. Wir scheinen näher zu kommen. Wir müssen die Kurs abkommen. Maren hält uns den Rücken frei Kumpel 2 So, Sussi-Neus! Mein Fan ist ganz schau! Nur du und ich abschauen. Komm schon, drauf hin! Über Tritt! Alle hündeten Einheiten am Boden! Das verschafft uns etwas Schwung. Knie gesichtet! Nur noch ein paar Treffer! Ha, ha, Treffer! Bekomme kein Schuss, Ben! Hier werde ich auch so werfen! Hilf mir bitte! Vielen Dank, Kumpel! t? Hallo! ulu Das war's für heute. 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 Ich hatte heute gar nicht mit Pilgern gerechnet. Was machst du hier draußen? Ich gebe mein Bestes. Aber hier wächst nur sehr wenig, wie du siehst. Du solltest das Kobo-System sehen. Dort wächst alles. Das klingt wunderbar. Das klingt wunderbar. Das klingt wunderbar. Das klingt wunderbar. Vielleicht mache ich das. Das war's für heute. 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 Zum Glück haben wir sie vor dem Imperium gefunden. Das war's für mich. Sieh mal da! Die Brücke zur Pilgerzuflucht. Eine Schriftrolle. Bringen wir sie in Sicherheit. Ich könnte eine Pause gebrauchen. Schreie und Pfefflucht. Ein Angler. Wir werden die Bericht zu finden. Ich liebe es die Cläume. Ich bin zurück. Ich bin wieder hier. Vielen Dank.